So, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Survival Games Mit Sachi und Wing Mit Sachi und Wing Wir machen jetzt weitere Spielchen hier Und nehmen SG2 Okay Okay Leute, es werden normal gesprochen und normal geredet Achso, und nur so zur Info Wir bleiben am Anfang, Freunde Danach sind wir Feinde Danke, wir Ja, Sachi Kisten verlassen Ist doch völlig, komm her, du kleiner Ah ja Jetzt weiß ich ja, ich hab meine Eine Rache habe ich schon bekommen Eine werde ich noch kriegen Huh Was haben wir denn hier eigentlich jetzt Rapper Melo 14 Ich glaube, da hinten steht wieder ein Power Ranger Wo ist mein Fernglas? Mit der Tasse war nochmal das Fernglas Ich hab keine Ahnung, ich hab auch gerade überlegt Gibt's natürlich ne Leider nicht Ich quachte mir eins aus Gas, Blumen und ein Stück Holz So wie MacGyver sowas kann Mh 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 Echt Kind Mh Mh Z Ich hab die ganze Zeit nur Monster hintergezockt Das hat Katkin, ich kann... so tasten Ja genau Aber ich überleg gerade was für ein Spiel ich spiele, wo ich i drücke, was haben ich zur Zeit gespielt? Wie drückst du? Hm Keine Ahnung, ob das noch von Seven Days to Dies ist, obwohl ich das schon ewig gespielt habe Hm Und hier ein Raum... Eigentlich darf ich gar nicht sagen wo ich bin, am Ende weiß ich wo es ist und er bringt mich dann um Muss ich aufpassen, weil ich sage Weil ich bin dort, wo ich keine Pisten finde Ich hab jetzt aber gesehen gefunden, wo eine Waffe drin war Ich hab nur Ausrüstung, eine Angel und ein rohes Höhenchen So... Au... Oh, ein golden Apfel Etwas Ich laske das jetzt und... Versuch mir den da jetzt zu schnappen Du bist so ein... Ah... Fucko... Ehrlich... Vor allem, ich hab das aber auf die Entfernung konnte, gesehen, dass du das bist Ich hab noch 3 langelaufen sehen Ich hab nur ein Feuerzeug gehabt, ey, ehrlich Ich hab nur... Du kriegst hier, alter Er hätte die Runde weiter geschaffen Ganz schlechter Ausgerüst Stürb... Stürb... Stürb einfach Wenn wir hier Baby Gnom hier oder Schweinchen Oder so ein... Creepman... Creeperman 3 Oh, was für ein Namen hier gibt Kevin X Oh... Ja... B-Lip 1 B-Bar-Boy B-Bar-Boy 4 Ah... Verfolg aber trotzdem mal winken, weiterhin Ich hoffe... Ich weiß, dass sich ein größer Geisheim sucht Oh, hier kämpfen welche Schweinchen und Creeperman Oh, Wing gegen Schwert Wer gewinnt? Das seht ihr nicht bei Wing Aber Creeperman hat gewonnen und dann hat er Schweinchen Umgebracht Jetzt gibt's erstmal Schnips Schnipsel Schnitzel Hm... es gibt Schnipsel So... Ich bin hier bei jemanden, der hat einen Geahelm Der aber ohne Aus-Aufdation irgendwelche Feinden begegnen würde Ach, ich hätte dir jetzt hab ich noch einiges reingelegt Ach, ich hätte dir jetzt hab ich noch einiges reingelegt So gut, achte einfach mal die Arbeit in der Bibi-Welten wirklich sehr lange dauern muss und Ideenreich sein muss natürlich Hier gibt's Bibi-Boy 4 Das sieht auch eine recht gut ausgerüstete Sau-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf Das sieht jetzt mal ein guter Wing aus Ah, ein Stück fest Ich wollte gerade sagen, in einer kleinen Dunkelkammer kann man was tun jetzt Du bist langweilig Ah, wenn ich hier nichts finde, kann ich auch nicht erinnern Geh so, Küber-Boy Was ist die Kiste im Wasser? Hm? Wo war eine Kiste im Wasser? Null, 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 Null Oh, es sind nur noch 4 Einer muss noch sterben, dann gibt's ein Finale Wer das ist, das seht ihr In wenigen Minuten Stunden Tage Monate Ich hoffe, ich winkstub Oh, eine Truhe, die ist leer 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 Ich glaube, ich laufe in den Drittkreis Hehehe Abgeholzter Wald hier Oh, der ist hier Bei den Baumstäben und so Oh Alter Ich bin ein Geist und ich brenne Hm Hm Aber es scheint auch keine Teams zu geben Die sind alle gegeneinander Ausnahmsweise mal Nicht so wie in meiner letzten Folge Kann er mich sehen? Er guckt mich an Nee Hat die Truhe nicht angeguckt Haha Und wieder zurück zu Wink Hätte er funktioniert, den Apfel zu bauen Hätte er funktioniert, den Apfel abzubauen Das hätte funktionieren können Sie sehen sich irgendwie nie Sie wecken sich alle Hm Keiner möchte hier sterben Keiner Freibillig Bis Finale Damit ich in die nächste Runde gehen kann, endlich Ich frage mich mal Was für ein Ort Wo er ihn aufhält So So Naja, sich so viel zu treffen Das ist ein bisschen Langmärig Ich glaube hier auch mehr Mehr planlos in der Gegend rum Ich glaube hier auch mehr planlos in der Gegend rum Ahja Suchst du überhaupt noch eine Truhe Oder suchst du nach deinem Tod? Eigentlich suche ich nur nach deinem Tod Da habe ich schon gefunden Lass mich Du kriegst nochmal wieder, ehrlich Nächste Runde Es ist noch nicht vergessen Es ist noch nicht vergessen Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Das Feuer, das ich da gelegt habe Brennt immer noch Ich habe auch einen Trailer gemacht, ich habe versucht dich selbst anzuzünden und nicht den Fußboden Ahja Ah, hier komme ich noch hoch Wieso machst du auch sowas? Weil ich dich töten will Langweilig Also da kann ich Der Lina, der hat Langeweile Warum? Oder da verbrennt er voll die Steinschwerter Die Sachen, wo man sich ja kein anderer bekommt Er ist noch die Sachen verbrannt Oh, hier, Wing kämpft, Wing kämpft Kommt Wing ins Finale, er kommt ins Finale Und er ist voll Er kann nicht mehr aufnehmen Wing kommt tatsächlich ins Finale Das ist der andere Einer steht ganz Einer rechts und einer links Hier steht ganz mehr gegenüber Ach, ah, ich habe gerade einen Pfeilfliegen gesehen Ich habe nicht einen anderen gesehen Rechts und links ist einer Hattet ihr wenigstens einen Bogen dabei gehabt? Natürlich nicht Ja, ich doch, und liegt im Wasser Das kann sein Boah, schreckt mich doch nicht so Ahja Ich bin tot Wing ist Dritter geworden und der Kampf ist ja einseitig Ich bin tot Aber gut Ab in die zweite Runde würde ich sagen Und dieses Mal darf ich mich nicht so schnell besiegen Zumindest nicht von Wing Aber keine Angst Ich besuche zurzeit einen Kurs Ging mal eine Aggression Ja Ging mal eine Aggression und Ja, wir bleiben Freunde immerhin noch Mhm Die Sitzung kostet mich viel Geld wegen dir noch Alles deine Schuld Ich bin dir wirklich so viel wert Sag dann wieder eine Stimme Entschuldigung, ich war mittel konzentriert wegen dem Anfang Weil ich muss ja ein bisschen am Anfang mal überleben Ah Ah Ich habe übrigens einen Bogen mit Fallen Oh, komm, stirb, stirb Ja Wieder einen Bogen, aber ohne Fall, diesmal Hat mich hinterher versucht mich zu verprügeln Und ich habe gerade drei Helme gefunden In einer Kiste Mein Gott In einer Kiste In einer Kiste Hm? Ich habe drei Helme in einer Kiste gefunden Und ich bin fast tot, weil dieser Für den Typ mich fast getötet hätte Ich habe einen getötet, einen getötet, einen getötet Ah, der hat auch nichts gehabt Ich habe ohne gerade nur noch einen Bogen mit zwei Pfeilen Oh Gott, ich habe einen Oh Gott, ich habe einen Oh mein Gott Voll von hinten abgeknallt, Junge Ich habe den ersten Fall nur noch irgendwo einschlagen hören Obwohl ich den Drohauf machen und zack war es zu spät Also ist es nur noch ein halbes Herz oder was? In einer Halbherzen Oh mein Gott Ich habe Wing Ich habe Wing getötet Verfluche dich Stirb Sehr schmerzhaft Ah ja Im Gefallen tue ich den nicht Aber das war auch durch Zufall, ne? Also ich bin schon oben Lass mich Und wusste, dass es hier oben nicht ist, ne? Ja Mal ein bisschen drüber Jumpen, das ist ein kleines Jump-Spiel Hier auf der Seite ist nichts Hier auf der Seite ist nichts Das ist ein kleines Jump-Spiel Jaja Oh, hier oben bin ich eigentlich sicher Ja Aber wegen dir habe ich zwei Pfeile vergoldet, ey Nein! Boah! Ich habe es nicht gesehen Lass mich Ja Ok- Ist das nicht ne? Ah Er prügelt sich Oh mein Gott, ich habe es geschafft Ich habe es geschafft Und er hat sogar einen Dia-Helm gehabt M-Stilenswert Ich hab noch ein paar Ich brauche erstmal einen sicheren Platz hier Damit mich hier keiner von hinten tötet oder sowas Damit ich mich einmal ausrüsten kann So Dann hier hin Brauche ich eine, brauche ich eine Brauche ich doch Oh mein Gott Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt Ich habe auch nämlich ganz viele Spawner Einfach ein Wolfsbohrner aktiviert Und einen Dierhelm habe ich auch Jetzt sind gerade zwei den Turm runtergeklettert Indem sie runtergesprungen sind Das waren die alten Sachen hier die ich nicht brauche Aber runter wasser Nur bellen wenn die Leute kommen Sonst Fresse halten Nein Nicht bellen Alle nur hören ey Wir sind noch da Oh eine Menge Keine Hunde kriegst kein Leckerli Was hält mir gerade? Er kalt mal ein Nein Mieze Meine Sachen Nein Mieze Mein Gott ich kann mich nicht an die Welt erinnern hier Habe ich keine guten Erfahrungen damit Ich habe gehofft du wagst den Sprung Ah ja Ich dachte mir auch so Kripp hier ist dein Himmelig Das war ein Beamhund Wollt denn der? Gehen wir weg Helfen wir uns wieder oder ne? Nein Ich habe dich getötet Achso ich bin ja ok ich bin ja schon still Naja Du ich habe bei Minecraft eigentlich gelernt Schließe niemals Freundschaften Schließe niemals Freundschaften Schließe niemals Freundschaften Schließe niemals Freundschaften Weil ich hätte Freunde schließe sollen Von wo? Ah hier der Scheiß Der Scheißhund hat mich getötet Perfekte Scheiße Der Hund Ah Ich habe den Hund nie gesehen Mensch So ein Mist ey Und ich war so gut ausgerüstet Ah Das war jetzt Mist Jetzt hat der Typ seinen eigenen Hund umgebracht Hm? Der Typ hat gerade seinen eigenen Hund umgebracht Ah ja ist mir egal Ich mag den Typen ne Der hat mich besiegt Meine Frage wann haben wir angefangen? Gut 50 ne? Gut dann haben wir noch 10 Minuten Dann können wir noch ne Runde machen Eine Runde kann man noch machen Wenn es nicht lange dauert Äh Ich zitter noch gerade wegen Ich dachte so an Mist gerade Ähm Nehmen wir mal Gute Frage Was nehmen wir denn? Ist da jemand draußen? Hä? SG5 Ja Aber dass du draußen jemand grillen Ich rieche das Hunger Nass da ist Ach gib was ab Oh mein Gott was ist das? Das Ding neben mir ist auf Droge Ach wo 78 Dich Wo ist der Shadow? Wo ist der Shadow? Und wo da hinten? Hallo Und wer will ich sagen? Einen Ja gut V- äh, in der letzten Folge, ist auch in der letzten, äh, Runde. Bin ich recht stolz auf mich. Das ist Wien, der mich immer geschlagen hat. Das war eigentlich jetzt nur in der Folge. Äh, ja, kann ich auch schon sagen. Nur in der Runde. Ah ja. Oh scheiße, bin du in der Spinnenwebel festgeblieben, hängengeblieben, ne? Oh, irgendwie sieht keiner hier. Da ist vor allem in der Spinnenwebel festgeblieben, das ist ein tödliches Urteil eigentlich. Oh, hier ist denn irgendwie eine Kohle im Berg drin, aber hier ist nichts zu finden. Toll. Passiert, passiert. Oh mein Gott, der kleine gelbe Dino auf Droge, der ist gerade gestorben. Schadung ihm. Deine Sucht hat ihn dahin gerafft. Okay. Der Fingerabreiter voll an zu stocken, muss ich sagen. Hm. Geht's denn weiter. Da hat jemand ein Eisenschwert verloren. Okay, ist nur ein Steinschwert, aber... Ich wollte gerade sagen, ey, ein Eisenschwert ist am Anfang, das ist echt cool. Ich habe gerade mal eine Eisenrüstung und einen Lederhelm. Ich habe einen Walkbench gefunden, aber ich habe immer keine Sticks und keinen Diamanten dafür. Leute. Kuchen. Hm? Ich habe einen Kuchen gefunden. Dann lass es dir schmecken. Habe ich auch. Es ist viel zu eng hier an den Häusern. Hier ist jemand in meiner Nähe. Ich habe doch gerade gesehen. Das bist nur du. Das war ein anderer. Mit dir, Helm, und so'n Scheiß. Zieh da mal lieber weg. Aber es hat ja so ein bisschen um eine Grube gegangen Da war nämlich eine Grube, wo ich gerade war Und dachte, jetzt bist du rausgekommen und Ich müsste dich töten Da stehen zwei Skelette und zwei Lohn Am Spawn Ja, ja, ob ich dich nicht gesehen hätte, du Ob ich dich nicht gesehen hätte hinterm Baum Das versteckt, dass ich hinterm Baum Und denke, dass ich dich nicht gesehen habe, ne? Ich dachte schon, der Rett mit mir Oh, da ist der andere wieder Hast du gerade einen getötet? Mhm Sag ich, wie ein Streichsternschwörter Hab endlich was zu essen Was für ein Glück, du Denen wollte ich killen, dann kam ein anderer und hat den weggefeucht Und put den gerade in die Hand Und ich konnte abhauen Obwohl, das bringt mich nicht viel Ich habe kein Essen mehr Keine Waffe Meine Rüstung ist schlecht Eigentlich könnte ich hier vom Berg springen, auf dem ich gerade bin Warte Ich schüpp's dich Nö, nö Du kriegst keine Quertest dafür, du Der jene Typ, der mich gejagt hat und gejagt wurde, ist in den Lavasegel sprungen Mein Gott, der hat mich so glück nie gesehen, ey Was denn? Der Typ Der den anderen gejagt hat Der sah ihn freundlich aus Ah, schon geplündert Oh, Essen Und ne Waffe Und ein Eis Ein großes Drei Kugeln Apfel, Vanille Kiwi Ähm Kieber, Zitrone und Schoko Egal, du grüßt mir eh mal einen Tonnen Eisblecher für die Schnapstar in den Rocket League Ach, du und deine Schnapstar Kannst du sagen Naja Ja, ich hoffe, alles, was ich weiß, am Ende kostenlos ist Hab ich dir nicht gesagt, dass du den Hund abschalten sollst im Hintergrund? Ah, hab ich doch, der hat sich schon wieder resettet Unmöglich Ja, ist alles schon wild Tachi, wo bist du? Keine Ahnung Aber wenn du Glück hast, ich hab nur noch ein Herz nah Und nix zum Essen Der stört sich mir jetzt selber in den Tod Vielleicht lass ich mich von dem Skelett töten Nein, Sachi, mach doch sowas nir Was ist denn in der Verschwendung von Credits? Bevor ich sie dir gebe, gäbe sie irgendeinen Fremden Kann dir eine Angel geben, da kannst du dir was zu essen fischen Ich kann nicht mehr rennen, das läuft ja Ich kann nicht mehr rennen Ich kann nicht mehr rennen Ich war gerade die Tür zu machen Der hat einen Pogen, yes Oh mein Gott, ey, das war nur noch Oh Da ist wirklich nur noch einer gefehlt, ey Oh, nein Ich weiß natürlich nur, ob die so drüben im Team sind Scheint nicht so Er zählt mit dem Bogen auf sie Okay Oh, da einer hat ein Diaschwert, Alter Ah, verdammt Hatte ich auch sehr, sehr gewagt, mit dem Diaschwert in den Nahkampf zu gehen Ja Das glaube ich nämlich auch Aber nichts zu trotz Hab ich immer noch zweimal offen bei dir Ja, genau Du bist gerade eben und für eine Folge, wo du mich zweimal gekillt hast Na, sind wir noch nicht ganz quitt, ne Aber ich sag trotzdem mal Wir sehen uns in der nächsten Folge Nächstes Mal aus meiner Sichtweise Bis dahin, Leute Jo Tschüss